Hallo und herzlich willkommen von Rocket League Shop BGW, guck mal rein, ob heute ein neues Game von Los geht es. So, was haben wir heute, Gang? Hier oben haben wir Geekord-Animationen, die bei 2 Tage im Shop, kostet 800 Rocket League Coins. Gang haben wir hier noch Giga-Auto-Reifen pro 400 Rocket League Coins. Bei 2 Tage im Shop, gang, guck mal mal ein tägliches Shop. Geekor-Auto-Reifen Oh, ist okay. Geekbranchいや mal noch Giga-Animationen pro 300 Rocket League Coins. Geekbranch ja mal noch Giga-Auto-Reifen pro 700 Rocket League Coins. Gilra, gar nya mal natürlich noch Million parking auf an Auto-Com for 600 Rocket League Coins. Gilra, gar nya mal natürlich noch so, Giga-Pink-Auto-Reifen, undускon haben noch Giga-Snamself ho beaches mit Pinuaativas und bei eventgrafen ich gerade auch geändert. Dann haben wir immer noch das Paket vor 2700 Rocket League Coins. Dann haben wir noch die Backman-Kopperation, geht noch 7 Tage. Dann haben wir natürlich noch die Pakete, gehen noch Funky-Kage in die Bank-Shop. Dann haben wir noch Giges Paket vor 57 Euro. Dann haben wir noch vor 8,90 Euro Giges Paket. Und das war es mal wieder mit dem Rocket League Shop Video. Lachen, Abo, Lachen, Daumen nach oben. Und zeig es beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Rocket League Shop Video. Ciao, ciao, bis gang und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ciao.